Winterreifen von O bis O, also von Oktober bis Ostern. Das ist die alte Regel unter Autofahrern. Und auch die gesetzliche Winterreifenpflicht ist am 15. April abgelaufen. Die meisten haben also schon umgesteckt. Vor allem im Flachland sind viele Autos schon mit Sommerreifen bestückt. Was also tun, wenn der Winter wie jetzt gerade überraschend zurückkehrt? Die Frage ist aus rechtlicher Sicht klar. Sommerreifen sind bei winterlichen Verhältnissen die falsche Wahl. Wer trotz winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist und einen Unfall baut, muss sich grobe Fahrlässigkeit vorwerfen lassen. Das gibt nicht nur Probleme mit der Versicherung, sondern auch hohe Strafen. Eine Alternative sind Ganzjahresreifen oder natürlich Schneeketten, letztere aber natürlich nur auf Schneefahrbahnen. Ansonsten ist man bei diesem Wetter und Sommerreifen am Auto nur dann auf der sicheren Seite, wenn man den fahrbaren Untersatz stehen lässt.